Seit Urs Wehrleys herrlichen Arbeiten unter dem Motto Kunst aufräumen, wissen wir, wie anders unser Blick auf die kreativ-chaotische und manchmal verwirrende Welt der Kunst sein kann, wenn man nur ein wenig Ordnung schafft. Ob wie hier bei Peter Bruegel das rege Treiben auf einem Marktplatz ganz ohne Polizeieinsatz geräumt wird, ob die abregnenden Männer aus René Magrits Golconda nach Männertropfengröße sortiert werden oder ob Paul Klee seine durchaus ja schon ordentlichen Quadrate auch noch nach Farben sortiert und aufgestapelt bekommt. Quasi zur Wiederverwertung. Unser Blick auf die Originalwerke verändert sich doch erheblich. Mit dem Online-Werkzeug Cleanup Pictures bekommen wir nun die Gelegenheit, selbst Kunst aufzuräumen. Zugegebenermaßen ist das Prinzip ein wenig anders als bei Urs Wehrleys, aber nicht minder spannend. Cleanup Pictures ist, das ist immer eine gute Nachricht, in seiner Grundfunktion kostenfrei und lässt den Nutzer Bilder in Auflösung bis 720 Pixel bearbeiten. Für grundlegende alltägliche Anwendungen und Überraschungseffekte ist dies absolut ausreichend. Wer HD-Auflösung und erweiterte Funktionen wünscht, muss für den besseren Service aber einen monatlichen Beitrag zahlen. Aber was kann Cleanup Pictures eigentlich? Nun, ein sortierendes Aufräumen mit Sortieren wie bei Urs Wehrleys ist es nicht. Vielmehr können wir Bilder ausräumen. So können wir den Mönch am Meer von Caspar David Friedrich in das Meer verwandeln. Und das mit denkbar wenig Aufwand. Wie das genau funktioniert, das zeige ich einfach mal live an einigen Beispielen aus der Kunstgeschichte. Wir nehmen uns zunächst einmal ein motivisch recht einfaches, aber nicht minder ikonisches Bild einer jungen Dame mit einem besonders auffälligen Schmuckstück vor. Ich kann bei Cleanup Pictures Bilder auf zwei verschiedene Weisen hochladen. Erstens, indem ich auf die Fläche Klick her und so weiter klicke und über den Dateibrowser mein Zielbild suche. Oder zweitens, indem ich einfach per Drag & Drop mein gewünschtes Bild auf diese Fläche ziehe und ablege. Da ich hier mit der Gratis-Version arbeite, muss ich mit der niedrigen Auflösung vorlieb nehmen. Die HD-Version wäre kostenpflichtig. Bevor wir mit der eigentlichen Arbeit am Bild beginnen, werfen wir aber schnell einen Blick auf die zum Glück sehr übersichtlichen Werkzeuge. Die beiden für die Bearbeitung notwendigen Elemente finden sich unten auf der Seite. Das Radiergummi und eine Lupe zum Zoomen bei der Feinarbeit. Damit das Radiergummi dementsprechend fein arbeiten kann, kann der Durchmesser des Radierkreises angepasst werden. Mit dem in der Größe angepassten Pinsel markiere ich nun die Stellen im Bild, die aufgeräumt bzw. von unerwünschten Gegenständen gesäubert werden sollen. Huch, Kunstraub. Aber im Ernst, als Kunstlehrer kommt mir natürlich nun der Gedanke, was für einen anderen O-Ring man dieser jungen Dame nun wohl als Ersatz für ihr gestohlenes oder verlorenes Schmuckstück zukommen lassen könnte. Zu guter Letzt gibt es oben auf der Seite die beiden letzten Tools. Ein Schalter für einen Vorher-Nachher-Vergleich sowie ein Download-Button, mit dem ich bei Zufriedenheit das bearbeitete Bild auf mein eigenes Gerät herunterladen kann. Sinnvollerweise erscheint dieser Button allerdings erst nach erfolgter erster Bearbeitung. Ich kann ein Bild auch umfassender bearbeiten, auf- und ausräumen. Dies muss ich aber nicht in einem Rutsch tun. Stattdessen kann ich mit dem Pinsel mehrmals oder an verschiedenen Stellen im Bild markieren, was verschwinden soll. So ist es dann auch möglich, alle Boote auf dem Wasser des Hafens von Le Havre verschwinden zu lassen. Vielleicht war es den Fischern ja zu früh. Oder Monet hatte einfach keine Zeit oder Lust, sie zu malen? Dass Picture-Clean-Up auch mit wirklich komplexen Bildern recht gut klarkommt, schauen wir uns einmal an Vincent van Goghs Sternennacht an. Hier ist es sogar mit überzeugenden Ergebnissen möglich, aus der Sternennacht eine Mondnacht werden zu lassen. Erstaunlich, wie anders das Bild so wirkt, oder? Ich komme hier natürlich recht klar erkennbar aus der Ecke der Kunst und des Kunstunterrichts. Die Möglichkeit, entscheidende Bildelemente aus einem Bild zu entfernen, bietet aber auch ganz allgemein für überraschende Bildimpulse zum Einstieg in einen Vortrag, in eine Analyse, in ein Video oder in ein Referat tolle Möglichkeiten. Auch Umgestaltungen oder eigene Variationen von Bildern und deren Elementen sind so möglich. Und das ist nicht nur spannend für Lehrerinnen und Lehrer. Natürlich sind aber unendlich viele weitere Anwendungen denkbar, von der schnellen Retusche des Urlaubsfotos über das Entfernen des Ex-Freundes aus dem Familienfoto. Und wer keine unmittelbar sinnvolle Anwendung findet, kann auch einfach albern sein und viel Spaß mit Clean-Up-Pictures haben. Also, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob und wie euch Clean-Up-Pictures gefällt und welche Ideen ihr für die Nutzung in Schule, Studium oder Kunst habt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017